An einem frischen Frühlingsmorgen drang das Sonnenlicht durch die grünen Baumreihen und schuf ein wunderschönes Bild der Natur auf der kleinen Straße der Kleinstadt. Die sanften Schritte zweier Frauen, einer Mutter namens Helga und ihrer besten Freundin Beatrice, hinterließen kleine Spuren im weichen Boden. Ihre Augen strahlten vor Glück und Frieden, denn sie freuten sich auf einen unterhaltsamen und bedeutungsvollen Einkaufsbummel. Helga ist die Mutter von Florian Silbereisen, einem berühmten Sänger, und Beatrice Egli, einer talentierten Sängerin, die für ihr Talent und ihren Karme bekannt ist. Diese beiden Frauen sind nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch enge Freundinnen, die sich immer gegenseitig austauschen und in jeder Situation unterstützen. Wenn sie zusammen sind, schaffen sie immer unvergessliche Momente, und dieser Einkaufsbummel bildet da keine Ausnahme. Als Helga und Beatrice das kleine Modegeschäft betraten, wirkten sie aufgeregt. Sie schlenderten durch jedes Regal und betrachteten die vielfältigen Utfits und Aquesuires, die der Laden zu bieten hatte. Aus den Lautsprechern erklang sanfte Musik, die für eine entspannte und gemütliche Kaufatmosphäre sorgte. Schatz, dieses Kleid sieht wunderschön aus, sagte Helga und zeigte auf ein pastellfarbenes Kleid, das auf einem Kleiderbügel hing. Es wird auf jeden Fall perfekt für ihren nächsten Auftritt sein. Beatrice lächelte strahlend und stöberte weiter durch die Artikel. Das Material scheint auch sehr gut zu sein, kommentierte sie, und die Farben sind so süß. Danke für den Vorschlag. Die beiden gingen weiter einkaufen und wählten die passendsten und beeindruckendsten Artikel aus. Dabei kauften sie nicht nur für sich selbst ein, sondern suchten auch nach Geschenken für Familie und Freunde. Jeder Artikel wurde sorgfältig ausgewählt, und dem Empfänger Freude und Glück zu bereiten. Nachdem sie ihren Einkauf erledigt hatten, verließen Helga und Beatrice den Laden mit Tüten voller Habseligkeiten. Sie brachten nicht nur Neuanschaffungen mit, sondern auch schöne Erinnerungen und schöne gemeinsame Momente. Auf dem Heimweg redeten und lachten die beiden Frauen weiter miteinander. Sie teilten ihre Gedanken, Träume und Zukunftspläne, wodurch der umgebende Raum warm und voller Freude wurde. Beim Betreten des Hauses wurden Helga und Beatrice von dem glücklichen Augen von Florian und seiner Familie begrüßt. Das Gefühl einer glücklichen und herzlichen Familie breitete sich im ganzen Haus aus und schuf eine ruhige und friedliche Atmosphäre. Bei der Shopping-Session geht es nicht nur ums Einkaufen, sondern auch und eine Gelegenheit für Helga und Beatrice, gemeinsam unvergessliche und wertvolle Momente zu genießen. Sie zeigten ihre Zuneigung und Fürsorge, indem sie besondere Geschenke auswählten und glückliche und bedeutungsvolle Momente miteinander teilten, und diese Shopping-Session wird für immer in ihren Herzen bleiben als Symbol der Liebe und der unerschütterlichen Verbundenheit zwischen diesen beiden Frauen und ihren Familien. Nach dem Einkauf kehrten Helga und Beatrice in das gemütliche Heuschen zurück, das Florian und seine Familie bewohnten. Beide freuten sich, weil sie wussten, dass sie neue Gegenstände mit anderen Teilen und ihren Wohnraum verschönern konnten. Als sie das Haus betraten, trafen sie Florian, der im Wohnzimmer saß und sich darauf konzentrierte, neue Texte zu schreiben. Seine Augen leuchteten, als er seine Mutter und seinen besten Freund zurückkommen sah, und er stand schnell auf, um sie zu begrüßen. Jon wurde von Fragen geplagt und er hatte das nagende Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Als die Trauerfeier zu Ende war, begannen sich die Trauernden zu zerstreuen, nur Jon verweilte am Grab und stellte sich immer wieder dieselben Fragen. Was sollte er nur tun, ohne sie an seiner Seite? An wen sollte er sich wenden, wenn er eine Meinung zu etwas haben wollte? In diesem Moment der Einsamkeit keimte in seinem Kopf eine merkwürdige Idee auf. Jon beschloss, eine Kamera zu installieren, die auf Emilies Grab gerichtet war. Es war eine ungewöhnliche Entscheidung, und er konnte sie für sich selbst kaum rational begründen. Vielleicht wollte er nur die Illusion haben, dass sie immer an seiner Seite war, oder vielleicht hegte er die leise Hoffnung, einen Blick auf ihren Geist zu erhaschen. Jon war sich nicht sicher. Er wusste nur, dass er etwas tun musste, irgendetwas, und sich ihr wieder nah zu fühlen. Am nächsten Tag stellte Jon unter dem Vorwand, das Grab zu besuchen, diskret eine kleine, unauffällige Kamera zwischen den Blumen auf. Die Kamera begann automatisch mit der Aufzeichnung, sobald sie eine Bewegung erkannte. Als Jon zu Hause jeden Abend die Aufnahmen ansah, warf der Bildschirm ein geisterhaftes Licht in den Raum. Zunächst sah er nur die friedlichen, in Mondlicht getauchten Szenen auf dem Friedhof. Doch als aus Tagen Wochen wurden, tauchten auf den Aufnahmen seltsame Ereignisse auf. Eines Nachts fing die Kamera einen schwachen Schatten ein, der sich in der Nähe des Grabes bewegte. Jon hielt ihn zunächst für einen Lichtrick oder ein vorbeilaufendes Tier. Er schaute sich die nächtlichen Aufnahmen weiter an, und die Aktivitäten wurden immer merkwürdiger. Jons Neugierde wurde schnell zur Besessenheit. Jeder unerklärliche Schatten oder jede merkwürdige Störung beflügelte seine Entschlossenheit, die Wahrheit herauszufinden. Jons Neugierde